Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Battle Together Minecraft in der Staffel 6 mit dem Zander LP und mit dem Dom's Play. Wie ihr sicherlich bemerkt habt, äh, gab's bei mir heute, beziehungsweise gestern, wenn ihr das hier seht, keine Folge. Das hat ja einfach etwas damit zu tun, dass Retteln am Wochenende ein wenig krank war und wir haben nicht aufgenommen. Also ja, Dom's hat voll scheiß organisiert und so. Menschliches Versagen darf ja mal gar nicht passieren, ne? Und so sieht's aus. Und da kann ich auch sofort was zu sagen. Und zwar hab ich nämlich auch mega gefehlt, denn, ähm, bei mir hab ich auch die letzten zwei Folgen gar nicht hochgeladen, die beim Dom's aber hochgeladen wurden. Also wenn ihr die noch sehen wollt, ähm, dann müsst ihr beim Dom's reingucken, weil... Yay, neue Abonnenten! Bei mir sind nämlich zwei, äh, Tonspuren, ähm, leider beschädigt gewesen und deswegen konnte ich das nicht hochladen. Es tut mir so unendlich leid. Genau, des Weiteren wollte ich auch noch etwas ansprechen bezüglich des Strips, des Stripminen, was der angeblich Yannick und Schlendy betrieben haben. Ähm, das habt ihr ja bei uns allen regelrecht in den Kommentaren gespammt. Ich hab dazu auch schon öfters mal was geschrieben, dass ihr mal damit ruhig aufhören könnt. Wir klären das untereinander. Ähm, und Yannick und Schlendy, also Yannick hat ja auch noch ein Statement-Video gemacht, dass er die Sachen vielleicht auch wegwerfen wird. Der wird die Diamanten jetzt behalten. Wir wissen nicht, wie viele es sind, aber die wird er jetzt halt behalten. Und ja... Damit wir sie einsacken können. Genau, ja. Ich kann es jetzt wirklich nicht beurteilen, ob das jetzt wirklich Stripmining war oder nicht, Leute. Ich kann es einfach nicht beurteilen. Ich vertraue da in der Hinsicht einfach mal denen. Im Endeffekt ist es ja auch scheißegal. Wir haben abgesprochen und die haben gesagt, okay, gut, es war, wenn, dann keine Absicht. Und, ähm, wir haben gesagt, das ist kein Thema. Ihr seid sowieso scheiße. Wir haben sowieso bessere Striptment. Deswegen ist es alles egal. Vor allem durch die Tränke müssen die echt jetzt nur noch finden, so. Also, wie gesagt, mit dem Stripmining könnt ihr ruhig aufhören. Das, äh, hat sich dann damit auch erstmal geklärt. Ja, so sieht's aus. Was wollten wir eigentlich letztes Mal machen, wir? Ähm, ich weiß es gar nicht mehr. Wir sind auf der Suche nach irgendwelchen Leuten hier, die wir mehr oder weniger abschlachten können. Ja, dann würde ich sagen, laufen wir einfach nochmal die ganze Zeit außenrum, ne? Also, so wie ich jetzt auch gehört habe aus dem Kontext nochmal, ist niemand von denen draußen? Das haben die uns ja auch gesagt. Ja, oh, Scheiße, warte mal. Ich muss mal ganz kurz was essen. Äh, ja, ich hab, oder? Ja, klar, ich hab mir jetzt mal kurz ein Steak rein. Ich bin heute ziemlich ausgebaut. Ich hatte heute, ähm, ja, wir haben gesagt, sobald das er war, alles geht es los. Das haben wir doch gesagt, oder? Ja, das haben wir gesagt. Ja, okay. Das haben eigentlich auch alle bejahed. Also, von daher ist es eigentlich, äh, naja, okay. Ähm, jetzt hab ich dich, ach, da bist du, okay, wunderbar. Ich find's geil. Ich auch. Jetzt sind wir mal nicht die, jetzt sind wir ausnahmsweise mal nicht die ersten, äh, die letzten, die mit der Aufnahme anfangen. So sieht's aus. So. Ähm, gut. Ja, dann suchen wir mal einfach weiter, ne? Ich meine, was sollen wir machen? Ja, bringt einem nix. Das Problem ist, wir müssen auf jeden Fall... Ich... Ich... Weil, weil damals hab ich den Server bei mir lokal gehostet, weil da hatte ich ne richtig gute Internetverbindung. Da hatte ich die 25.000er Leitung mit nem 8 Millisekunden Ping. Also, es, äh, war so, als ob der sonst irgendwo gehostet wäre. Aber jetzt bin ich grad wieder mit nem Stick online, da ist es ein bisschen blöd, wenn ich den jetzt lokal hoste, sonst habt ihr anderen richtig scheiß Pink. Und, verstehst du? Ja. Deshalb hoste ich den jetzt. Und der wird jetzt halt auch immer da gehostet werden, weil ich das jetzt endlich mal wieder so einen Server hab, wo ich das hosten kann. Ah, das ist ja sehr schön. Ja, das ist ultra schlau. Ähm. Ja, los. Der hat das irgendwie... Ich weiß nicht. Irgendwie hat das keiner mitbekommen. Was ist denn los mit denen? Mein Gott, ey. Aber, komm, das haben wir doch wirklich gesagt. Das haben wir auch gesagt. Wir haben gesagt, es geht... So, Leute, und da sind wir wieder. So sieht's aus. Ja, war ein kleiner... Der Server ist kurz abgeschmiert, obwohl er jetzt gehostet wurde. Ja, sie sind abgeschmiert. Sagen wir mal, ich bin aus einer... Ich bin da drunter gefallen und hier sind Fackeln. Cool. Boah, ich hab gedacht, das sind Löcher, die gebuddelt wurden und du bist da einfach reingeholt. Nee, nee, nee. Das hab ich schon gesehen, dass das nicht so tief ist. Also, so tapisch. Wir sind ja in der Nähe vom Hexenhaus, ne? Ja, stimmt. Hier waren wir, glaub ich, eh schon mal in der Höhle. Lass mal einfach durchgehen. Ja, hier waren wir schon. Ja, aber ganz ehrlich. Ich glaube, wir finden mehr... Oder die Wahrscheinlichkeit, dass wir jemanden finden, ist höher, wenn wir wirklich in Höhlen rumlatschen. Ja, und oh mein Gott, ich hab wieder ein komplett anderes Textureback drin. Warum ändere ich das immer? Das darf ja nicht wahr sein hier. Ähm, und jetzt leckt irgendwie die Aufnahme mit 60 FPS. Ich musste mal kurz neu synchronisieren, bis gleich bei mir. Und jetzt einfach mal ab, scheißegal. Ja, bau die Kohle ab, Zanat Kohle gefunden und da bin ich wieder. Jetzt läuft's absolut flüssig mal wieder. So, perfekt. Gut, ähm, was meintest du mit finden? Von denen? Wir müssen, wir müssen in Höhlen suchen. Ernsthaft jetzt. Ja, wir müssen nach Namensschildern suchen einfach. Hier ist ein Hund. Hier ist ein Hund, hast du Knochen bei? Ähm, ich hab zwei sogar. Ja. Ich hab drei, warte mal. Ich versuch's dir mal. Okay. Komm her. Die Frage ist einfach, Zander, wollen wir wirklich immer in Höhlen rein oder wollen wir nach Namensschildern gucken? Kannst du mir nochmal Knochen geben? Ich hab zwei. Ich will auch versuchen. Ja, aber ich hab schon dreimal noch. Kannst du mal die Hühnchen killen? Ja, mach ich sofort. Warte, gib mir mal die Knochen, bitte. Es gibt ja auch Hunde, die wollen gar nicht und so, weißt du. Echt jetzt? Ja, es gibt Hunde, die sind da sehr störisch, glaub ich. Oh ja, der, der ist, das ist einer von denen. Sag ich sei. Oder das ist Zufall, ich weiß es nicht genau. Aber ich brauch Essen, 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 Essen. Ernst, normalerweise sind es immer drei Stück. Drei Knochen. Okay. Immer? Ja, also ich hab das immer mit drei gehabt. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Okay. Warte, ich sollte eigentlich immer mein Diamantschwert im Slot haben. Das war grad ziemlich blöd, was ich gemacht hab. Nee, jetzt ist die Frage, sollen wir nochmal kurz in unsere Base? Aber wofür? Ja, wofür, das ist die große Frage. Also ich würd sagen, wir gehen jetzt einfach mal irgendwie eine Höhle suchen, dass wir jetzt so ein bisschen unterirdisch kommen. Wo bist du? Da bist du. Jo, ich bin hier. Ja, gehen wir im Moment. Ich würd... Ich würd überlegen, ob ich mir die Nase putzen soll. Erstmal eine Packung nimmt, zwei Essen. Nee, das ist ein Taschendücher. Soll ich oder soll ich nicht? Geht's oder geht's nicht? Ähm, egal. Suchen wir weiter. Denn wo wollten wir hin? Einmal ordentlich reinschnauben. Ja, aber so richtig. So richtig, richtig fest. Na gut. So, da ist schon wieder der Spawn. Bei der nächsten Staffel vom Battle, wollte ich auch mal sagen, werden wir übrigens wieder den Pflanzmod benutzen, weil wie ich gesehen habe, gibt's jetzt so Packages beim Pflanzmod. Da gibt's auch Rüstung vom Pflanzmod direkt und diese Rüstung schützt dann auch vor den Waffen. Weil in der Staffel 4, da warst du noch gar nicht da, da kannte ich dich noch nicht mal. Da haben wir den Pflanzmod benutzt und da haben diese Waffen, die man dann halt craften kann. Das ist eine wirklich tolle Sache mit den Waffen. Ja. Nur was wir halt damals richtig scheiße fanden, war ganz einfach die Tatsache, dass wenn du mit einer Waffe auf jemanden geschossen hast, die Rüstung sozusagen ignoriert worden ist, äh, wurde. Die Rüstung wurde ignoriert. Das heißt, du konntest noch so eine gute Chantete, genau. Die haben so viel Chantete gemacht wie ohne Rüstung, obwohl du eine beste Diamantrüstung oder sowas haben hättest können. Okay, ja, das hätte keinen Unterschied. Dann brauchst du gar nicht die Farben, ne? Genau, da braucht man einfach nur die Waffen machen, das ist dann eh scheißegal, ob man Rüstung hat oder nicht. Das ist es halt. Ja. Aber das ist in der nächsten, das wird dann doch wieder ganz schön. Und da ist der Fisch im Wasser gelandet. Ja, ich kriege das meistens gar nicht hin, über solche Eisschollen zu hüpfen. Das nervt richtig, dass du da so langsam aufläufst. Wo gehen wir? Warte mal, hier sind Hühnern, ich töte die nochmal hin. Ja, okay, mach das mal. Ich glaube, bevor ich irgendjemanden mit meinem Schwert töten kann, habe ich es einfach an Hühnern oder irgendwelchen Schweinen vergründet. Verstimmt, denke ich auch. Aber das ist richtig praktisch momentan für Essen, da brauchen wir auch keine Kohle für. Ja, das ist voll geil. Das kann doch nicht sein, dass wir keine Gegner finden, die sollen echt mal rauskommen. Ja, die müssen sich halt ihr Inventar komplett neu aufbauen. Läuber, wir denen alles... Ja, aber so wie ich das jetzt mitbekommen habe, und das muss ich auch ganz ehrlich sagen, habe ich bei der Yannick auf dem Thumbnail gesehen. Der hat ins Thumbnail halt so einen Screenshot gemacht von seinem Inventar mit neun Diamanten und einer Dia-Spitzsacke, ja. Also ich glaube, die haben schon genug Rufstoffe. Okay. Insofern wurde ich leider ein bisschen von seinem Thumbnail gespoilert. Was ist... Das kannst du nicht machen. Nein, nichts. Oh Gott. Achso. Ich darf mich nicht durch sein Thumbnail sparen lassen. Ja, natürlich. Der Dorms ist schon wieder aufgeregt. Nee, weil ich bin halt abonniert, dann habe ich das halt in meiner Abo-Box gesehen. Nee, nee, ist ja richtig. Und dachte so, what the fuck? Wenn er das schon da so reinschreibt. Ja, das müssten wir auch mal machen. Deswegen habe ich keine Thumbnails. Ja, aber stellt mal vor, wir nehmen nur jeden Tag auf. Also und immer einen Tag, nachdem die letzte Folge veröffentlicht wurde, nehmen wir nochmal auf. Und dann schreiben wir sowas wie vor der Gegners Basis. Oder die Ruhe vor dem Sturm. Und die Gegner sehen das dann, weil die uns abonniert haben oder so. Autsch. Das wäre schon ziemlich blöd. Das wäre echt ziemlich blöd. Ja. Bald haben wir sie. Genau. Wir haben sie gesehen oder so. Stimmt. Ja, das ist sowas. Oder, oder, ähm, wir sind nicht da, bemerkt uns nicht. Sowas in der Art, das wäre richtig, richtig witzig. Fail. Einfach nur fail. Ja, das wäre dumm. Und zwar so richtig dumm. Wo sind denn die jetzt? Keine Ahnung. Ja, wir müssen, ey, lass uns einfach mal irgendwo eine Höhle finden. Ja, wir gucken mal, wir waren noch gar nicht so richtig in der Richtung, wenn du mal überlegst. Ja, ernsthaft, wir laufen die ganze Zeit, glaube ich, nur im Halbkreis. Ich nehme doch das Eisen mit. Wir haben ja nicht so viel Eisen, haben wir irgendwann bemerkt, oder? Ich weiß gar nicht. Eigentlich hatten wir voll viel Eisen. Wir hatten noch zweieinhalb Stacks. Stimmt. Dafür wechsle ich gerade mit einem anderen Bettler. Hühnchen, Hühnchen, hier, Hühnchen. Ich weiß nicht, wie viel Hühnchen ich schon getötet habe. Ja, dann kannst du mir vielleicht ein bisschen was abgeben, weil ich mache mir ein wenig Sorgen um meinen Essensvorrat. Warte, hier. Die Hälfte. Oh, dankeschön. So viel ist das aber gar nicht. Das sind doch nur vier Stück gewesen. Aber ich habe die Hälfte davon verputzt. Lass sie in die Höhle reingehen. Wohin? Hier. Ach, da, hier. Ja, könnten wir mal. Hier, hier geht es nämlich rein. Ist zwar dunkel, aber hier kommen wir nämlich unterirdisch rein. Und dann. Natürlich. Dann könnten wir sie vielleicht sogar sehen. Einfach mal. Kohle brauchen wir, haben wir doch mal bemerkt. Erinnerst du dich? Weil wir nichts mehr brennen konnten. Ja, für unsere Basis. Für die Vorräte. Wir haben doch mal bemerkt, dass wir fast gar keine Kohle mehr haben. Ja, kann sein. Das kann sein. Die nehme ich mal hier mit. Das bauen wir auch eben ab. Ja. Scheißegal. Wenn wir die jetzt schon nicht so leicht finden können. Also Leute, wir wissen natürlich, es ist voll langweilig. Und so. Ja, wir wollen auch hacktchen. Wir sind ja nicht die, die sich verstecken. Wollte ich gerade sagen. Wir sind ja die, die hier sogar noch wagenmütig durch die Gegend rennen. Jetzt sind wir zur nächsten Höhle. Aber ich denke mal, wenn wir unterirdisch laufen, haben wir mehr Erfolg. Die zu finden. Aber sneaken. Sneaken. Wir wollen nicht, dass die uns zuerst sehen und sich dann von hinten anschleichen. Dann könnte es auch sein, dass uns unsere Tränke nicht mehr arg so viel bringen. Ach, egal. Einfach drauf. Ja. Einfach drauf. Dann wahrscheinlich noch aus Versehen auf den Falschen. Das habe ich eigentlich noch mal auf meinen Schwert. Ach, Sharpness 2. Stimmt, das ist richtig gut. Stimmt, das war ja nicht das Schwert, was ich da noch mal entschadet hatte. Ach komm, das Eisner schenke ich. Bauen wir uns jetzt hier mal runter oder so? Sollen wir uns mal einfach runterbauen? Weißt du, was wir auch machen könnten? Ganz lange Gänge. Nicht auf Strip-Mining-Höhe, sondern ein bisschen höher. Einfach gucken, dass wir ihre Basis finden. So hat uns mal jemand in der Staffel 3 gefunden. Okay. Obwohl, es gab ja im Endeffekt nichts anderes übrig. Ich baue mich einfach mal jetzt hier runter so ein bisschen. Okay. Und dann in der Hoffnung, dass man einfach mal, was weiß ich, irgendeine Höhle findet. Weil durch die Höhlen kann man sich einfach am schnellsten fortbewegen. Ja, da hast du recht. So, das machen wir jetzt einfach, weil wie gesagt, bei denen haben wir auch gesagt, das ist kein Strip-Mining. Und bei Diamantenhöhe. Echt? Cool. Ja, ich habe mal. Würde ich sagen, hören wir einfach auf. Ähm, gut. Au. Okay, hier ist Ende. Hier ist Ende. Dann würde ich sagen, ähm, wie sieht das Minimap-technisch aus? Also hier ist Wasser, ich glaube nicht, dass die beim Wasser sind. Ach, genau, warte mal, wie schalte ich die Minimap denn nochmal an? X, da kannst du sie größer machen. Genau, so, ich habe sie an jetzt. Du mal guckst, es macht Sinn, wenn wir uns da gerade ausbauen, weil links, da ist Wasser. Äh, rechts meine ich. Ja, hier ist Wasser, genau. Hier geht es auch runter. Die werden aber nicht beim Wasser sein, denke ich. Wo bist denn du gerade? Weiß ich nicht. Ich bin einfach rechts weitergelaufen. Hä, du bist falsch. Ich sehe dich nicht mehr. Ich sehe deinen Namen auf jeden Fall. Warte, komm mal hier. Ach, da bist du. Hallo. Ja, Leute, und wenn ihr euch fragt, welches Texture-Pack ich habe, das ist übrigens das Faithful, aber das werde ich jetzt nicht ändern, weil es dann nochmal ein bisschen leckt. Wenn ich die Aufnahme dann nochmal neu starten muss, das lasse ich jetzt einfach mal drin. Seht ihr mal? Die ganze Reihe und Auswahl an Texture-Packs, die ich so drauf habe. Das sind wirklich viele. Äh, Zombie. Ist hier Ende? Ja, es ist Ende da. Sollen wir uns da einfach lang bauen? Ende Gelände. Ähm. Muss ich mal kurz überlegen. Könnten wir machen, oder? Ja, komm, wir bauen uns da mal eben lang. Ich mach mal ganz kurz eben den Ofen, weil ich muss mal ganz kurz... So, und dann schmelze ich mal ganz kurz das Eisen ein, was wir jetzt mit haben. Okay, das schmelze ich auch mit ein. Oh, ein Eisen. Hast du Kohle? Ja. Mach's doch gut, dass ich die Kohle abgebaut habe. Ja, wollte ich grad sagen. Ich hab nämlich irgendwie die Kohle nicht aufgesammelt, weil ich viel zu viel Stuff mit hatte. Die antworten uns gar nicht. Nee. Sind die überhaupt da? Gleich werde ich disconnected wegen Spam. Vom eigenen Server. Bitter, ne? Ich mag die Funktion nicht, disconnect bei Spam. Warte, ich brauch noch... Gibt sie... Ist sie vorinstalliert? Ähm, ja, das ist vorinstalliert. Das ist sogar in Vanilla. Warte, hab ich da... Sneak dich. Warte. Hörst du das? Nein. Sei mal ruhig. Irgendwas hat hier grad Geräusche gemacht. Ich mach mit dem Sound lauter. Oh mein Gott. Sei mal ganz ruhig. Ich hab hier grad so Schritte gehört. Ja. Nein. Alter. Diese Scheißstückchen vom Block sah aus wie ein Namensschild. Mein Gott, ey. Das ist so schlimm. Auch die Abonnenten bei mir mal. Da war ein Namensschild. Da war ein Namensschild. Da hast du immer ein Namensschild gesehen. Übersehen. Ja, das ist... Manchmal kommt einem das auch so vor. Ich grab mich jetzt hier schon mal lang. Okay. Ich halt mal mein Schwert gezückt. Ich bin irgendwie misstrauisch. Mein Gott, ey. Du hast jetzt aber was gegessen, ne? Ja, das war ich. Jo. Mach jetzt erstmal. Du kannst ja vielleicht noch eine Schaufel bauen aus Eisen. Weil wir haben jetzt so viel Eisen. Lol. Okay. Da ist deine Schaufel kaputt gegangen, oder? Ne, meine Pickaxe ist kaputt gegangen. Ach so, warte. Ich hasse das, wenn man sich sneakt, dass man am Backbench ist. Ich hab mir aber schon eine neue gebaut, ne? Okay, warte. Dann baue ich für mich aber eine neue, weil meine ist fast kaputt. Und, ähm, Dingens. Ja. Soll ich eine Schaufel aus Eisen machen? Ich weiß nicht. Das ist irgendwie voll die Verschwendung. Ach, egal. Einfach raus damit. Wofür willst du das denn sonst verbraten? Hast auch wieder recht. Dann geb ich dir mal eine. Ich hab hier schon eine aus Eisen, merk ich gerade. Hm. Ähm. Das ist echt, also wirklich, wir stochern gerade mit der Nadel, äh, wir suchen die Nadel in den Heuhausen. Also Leute, nochmal, das ist kein Strip-Mining. Vor allem sind wir nicht auf so einer tiefen Höhe, wo man wirklich ernsthaft Diamanten finden könnte. Nur, dass das nochmal klar ist, bevor hier irgendjemand was sagt. Ja, wir wollen im Grunde nur die Gegner finden. Das ist halt einfach so. Also durch Zufall. Vielleicht sehen wir... Wir graben uns gerade Richtung Ozean, wenn ich das gerade so richtig sehe. Ja, ist doch wieder recht. Also eigentlich macht's dann so gesehen auch wieder keinen Sinn, oder? Ich weiß, ja, es ist halt schön, durch eine Höhle zu latschen. In die Richtung müssten wir uns graben, um halt wirklich sinnvoll uns fortzubewegen. Also die antworten uns nicht. Das ist voll fies. Soll ich die im TS anstupsen? Nervst sie? Ja. Storff sie? Okay, aber im TS anstupsen ist auch irgendwie ein bisschen assi. Ein bisschen. Ein bisschen. Ein kleines bisschen. Das Problem ist, wenn wir zu ungeduldig werden, dann ist es halt mega ranzig, wenn wir dann im Endeffekt dadurch Fehler machen. Ja, da hast du auch wieder recht. Da ist... Ach nee, ich dachte schon, da ist eine Höhle. Ich bekomme hier Wahnvorstellungen. Oder wir gehen einfach wieder über Tage und gucken dann, ob wir noch eine andere Höhle irgendwo anders finden. Ja, oder nach Namen schildern. Die können sich ja unmöglich die ganze Zeit sneaken. Und guck mal, wie tief Redlands und Chachamis Basis war. Und wir haben die auch von oben gesehen. Also ich habe die von oben gesehen. Lol. Das ist ein Slime. Ach, das hat vielleicht vorher so Geräusche gemacht, wo ich mich erschrocken habe. Hast du den Ofen und so alles mitgenommen? Ja, das habe ich mitgenommen. Alles mit bei mir. Ich würde sagen, dass wir jetzt einfach in jede Höhle gehen, die wir sehen und die einfach ausleuchten. Auf jeden Fall. Irgendwann finden wir die. Hoffe ich doch mal. Weil wenn nicht, dann wäre das irgendwie scheiße. Wie kommen wir wieder raus? Da. Wir hatten doch einen Gang. Hier, 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 hier. Wo? Äh. Ach so. Oh, oh. Ja. So, einen Block habe ich dir noch freigelassen. Da kannst du dich noch hochbauen. Alles klar. Genau. So, dann einfach wieder nach oben, ey. Och, ätzend. Da waren Zombie und Enderman. Ja, hab's gehört. Man, eben hat jemand was in die Battle-S6-Gonfi geschrieben. Während der Aufnahme. Geht ja mal gar nicht. Ich habe zwei Bildschirme, deshalb sehe ich das. Oder nee, das ist von vorher. Oder doch. Das ist von vorhin. Wo der Server-S6-Gonfi ist. 20 Uhr 25. Ach, da. Okay. Gut, dann habe ich mich geirrt. Es ist übrigens Nacht. Das ist doch gut. Dann können wir nochmal ein paar XP-Farmen. Wollte ich gerade sagen. Das ist eigentlich ein ziemlich geile Sand. Oh Gott, hier ist ein Hühnchen. Boah, Alter. Alter Skelette. Cool. Pfeile. Das ist doch gut. Hier ist auch noch eine Höhle, Zander. Warte. Aber die ist klein. Oh, da kommt ein Creeper. Da kommt ein Creeper. Oh Gott, Zander. Ich denke mal, da kommt ein Gegner. Da kommt ein Gegner. Ey, die Höhle hier, die geht voll tief. Oh, das hat sich nicht gut angehört. Das waren nur drei Creeper. Hast du noch Leben? Wie viele? Ich bin doch voll. Okay. Also ich habe ein Ding verloren. Also die Rüstung, die ist schon gut, ne? Die verzauberte. Ja, wollte ich jetzt auf jeden Fall. Also ein bisschen Aufmerksamkeit haben wir jetzt halt erregt. Und die anderen, die haben ja auch nichts enchanted, ne? Hier ist noch ein Hühnchen und ein Creeper. Ja, Achtung, der Creeper. Ähm, gut, wunderbar. Dann gehe ich mal hier raus und, ähm, ja. Schauen wir mal weiter. Ich sollte bei mir die Bildschirmheiligkeit auch wieder höher machen. Du bist gerade so richtig laut bei mir. Ich weiß nicht, warum. Ich bin laut bei dir. Ja, ich glaube, das liegt an Skype. Ich mache dich mal kurz ein bisschen leiser. Oder ich mache es einfach so. Hauptsache der Slime, der hängt hier im Wasser fest. Bewegt sich eigentlich gar nicht. Aber trotzdem hörst du diese Springsounds von denen. Das ist schlimm, ne? Das ist ein Bug. Ey, da vorne ist Tundra. Sollen wir mal in die Tundra gehen? Ja, geh mal da hin. Oder waren wir da nicht schon? Ich weiß es nicht. Ist das nicht so ein bisschen in der Nähe von unserer Basis? Oh, Mann. Mann, ich weiß gar nicht, wie ich den Sound richtig einstellen soll. Voll schlimm. Hier ist noch Gunpowder. Wie viel Gunpowder hast du? Ich habe vier. Ich habe auch ein bisschen was. Zuhause haben wir auch noch. Ich habe fünf. Okay. Gunpowder brauchen wir eigentlich nur für Splash-Potions. Und für TNT, aber TNT brauchen wir eigentlich nicht. Ja, ich habe drei TNT-Blocken. Aber das ist unnötig. Warum? Wenn wir die Basis finden, dann spreng ich alles in die Luft. Willst du es nicht lieber mit einem Lava-Eimer so ein bisschen überschwemmen? Wie ein Bösewicht. Oder wir müssen finden, wo die Betten sind. Und dann bauen wir da einfach unter die Betten, bauen wir einfach so eine Druckplatte und da bauen wir TNT. Wenn wir die einmal töten und die spawnen, dann werden die nochmal durch uns getötet. Ey, das ist aber richtig fies. Das ist wie Spawn-Camping. Aber das ist witzig. Warum? Das ist eine Falle. Und die dürfen wir uns nicht bemerken. Oder wenn wir die kennen... Das ist eine Falle, das ist nicht verboten. Ach so, weißt du, was ich dir noch sagen wollte bezüglich unserer Basis, ne? Wegen den Betten. Kids, mal das Hühnchen, was da steht. Ja. Was mir aufgefallen ist, es ist dumm, dass wir die Betten über uns stehen haben. Weil überleg dir mal, wenn die unsere Namensschilder sehen und die wollen sich reinbauen. Ja, die kramen sich nach unten. Dann kommen die ja an den Betten vorbei, weißt du. Ja, ist doch in Ordnung. Wenn die beide Betten abbauen, ne? Dann spawnen wir doch beide an der gleichen Stelle woanders. Nein. Wir spawnen beide wieder am Spawn. Ja, ist doch... Genau. Ja, aber das ist doch blöd, weil die dann unsere Sachen ausräumen können. Ja, aber wir sind dann sicherer. Oder meinst du nicht? Ja, aber wenn wir versteckt in unseren Betten spawnen, ist es auch gut, weil wir uns dann sneaken können, oder? Das ist richtig. Das stimmt auch wieder. Dann könnten wir die von hinten nochmal angreifen. Ey, ich glaube, hier waren wir noch nicht einmal. Doch, hier waren wir schon. Ich erinnere mich. Hier sind wir suchen gegangen. Ich erinnere mich gar nicht. Hier waren wir auf jeden Fall. Hier waren wir. Auf hundertprozentigen... Äh, hundertprozentig waren wir hier. Das Schlimmste ist einfach nur, wenn wir direkt an denen vorbeilaufen und du merkst es einfach nicht. Ich denke, es ist ein Schwein. Das müssen wir töten. Ja, das musst du töten. Hier sind auch ganz viele Hühnchen. Hier ist eine Höhle, aber ich glaube, hier waren wir schon mal. Oder auch nicht, weil hier sind keine Fackeln. Das ist irgendwie strange. Jawoll. Und ganz viele Skelette für Pfeile. Pfeile sind doch immer schön, oder? Pfeile sind immer schön. Auf jeden. Ach, du bist in der Höhle schon drin? Genau, ich bin in der Höhle. Ich habe schon 41 Pfeile. Krass. Warte, ich habe 42. Und du lässt die ganzen Knochen liegen. Ja, ich kann die nicht aufsammeln. Was ist, wenn wir Hunde finden? Ach, glaube ich irgendwie nicht. Leute, hier ist ein Pilz. Noch ein Pilz. Und da ist die Höhle auch schon zum Ende. Aber links geht es noch weiter. Ne. Doch, oben links. Ach, oben links. Ja, warte. Ich nehme noch gerade ein bisschen Eisen mit, wenn wir schon hier sind, ne? Ja, warte, dann baue ich das hier auch noch ab. Im Grunde brauchen wir es gar nicht, aber ist egal. Dann ist es gut, wenn wir was auf Reserve haben. Spider Eye, Spider Eye. Wie viele Waypoints ich schon habe, das ist ja richtig krass. Ich habe nicht einen auf dieser Karte. Ja, du musst die Waypoint-Starter da wieder ändern. Wegen der neuen Server-IP. Ich kenne mich damit gar nicht aus. Ich bin froh, dass ich die Race-Mini-Map überhaupt installiert bekommen habe. Hier geht es auch nicht mehr weiter. Das ist einfach ein Kreisgeränder. Sollen wir die mal fragen, ob die irgendwo einen Treffpunkt machen? Ach, ey, das ist blöd. Als ob die irgendwas machen werden. Die Feiglinge da. Wollte ich gerade sagen. Tja, geht überhaupt nicht, was die da machen. Wir müssen die jetzt einfach langsam auskundschaften. Wenn wir die finden und die sind in ihrer Basis. Bist du oben schon? Ja, ich bin oben. Hier sind ganz viele Hühnchen. Könntest du die bitte killen, weil ich brauche wieder ein bisschen was zum Essen? Ja, hier sind auch ganz viele andere Sachen. Hier ist auch noch ein Schwein. Kommen wir jetzt zu mir in die Richtung. Sollen wir vielleicht nochmal zum Spawn? Ey, weißt du, wie viel Essen ich jetzt habe? Nö. Voll übel. Ich habe acht Cocked Chicken und drei Cocked Porkchop. Willst du mir die Hälfte von deinen Chicken geben? Warte mal, ich muss erst mal was essen. Okay. Da hast du noch einen Knochen. Du hast ja Knochen deinen. Oh, nee, Shift-Bug. Oh, Mann, ey. Hier. Und Wolle. Und so. Kann ich dir auch geben. Dankeschön. Ne, Wolle habe ich auch. Okay. Gut. Ja, dann, ich weiß echt nicht, was wir machen sollen. Es ist einfach langweilig. Wir haben nichts zu tun. Ja, weil wir alles haben. Und wir sammeln schon Futter ohne Ende. Und wir haben einfach Ressourcen ohne Ende. Wenn die uns jetzt töten, dann haben die den Jackpot überhaupt. Denke ich auch vor allem wegen den Tränken. Beziehungsweise wenn die unsere Basis finden. Ich meine, guck mal, was wir da alles an Trankzeugs haben. Das ist schon ziemlich blöd, wenn die das finden würden. Es wäre ziemlich blöd. Ich weiß gar nicht, warum ich so Unsinn rede. Kurz zum Hintergrund. Ich hatte heute ein ziemlich geiles Vorstellungsgespräch. Okay. Ja, doch. Es war cool. Wobei, dieser Test, der war nicht so cool. Irgendwie auch ein bisschen peinlich. Aber egal. Ja, aber es ist gut ausgeführt. Wo hast du dich denn vorgestellt? Ich glaube, das gehört gar nicht hierhin, weißt du. Ach so, okay. Das sage ich hier mal lieber nicht. Sonst, ich weiß ja nicht, was manche Zuschauer dann machen würden, weißt du. Das ist das Problem. Das sage ich hier mal nicht öffentlich. Okay. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass da hinten irgendwas ist. Aber ich weiß es nicht. Ja, dann gucken wir einfach hin. Jetzt müssen wir nach Gefühl handeln.